Außenstrandfischer und dadurch, dass diese Energie da gebaut werden soll, haben wir die Befürchtung, dass bei uns in den Fanggründen vor Babe und Selin der Fisch ausbleibt. Das ist ja so, wir sind die Letzten und wenn wir dann in diese Fanggebiete nicht rein können, dann ist die Strandfischerei in Babe auch gestorben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017